Servus, ich bin der Marc Bender. Ich habe jetzt gerade bei Manuel hier im Ambient Studio in Milz meine neue Projektion fertig gemacht. Es gibt für mich drei Arte auf der Welt, wo man Countrymusik produzieren kann vernünftig. Das ist einmal bei mir daheim in Bayern, in meiner Heimat, dann in Eschwell und natürlich hier bei Manu im Ambient Studio in Tirol. Jetzt warm mich auf und die Party hat schon angefangen. The rule that says how to act your age You may not be what you used to be But you're not ready for a cemetery Take your cue from the stalls You're never too old to a coup Nachdem ich noch eine Allergie habe gegen Plastikmusik, haben wir uns dafür entschieden, dass wir es mit echten Musikern machen. Mir gefällt es total, dass wir hier in Milz bei Manu das alles live eingespielt haben, mit echten Musikern, mit richtigen Menschen. Ich hoffe, dass man es spürt und dass man es hört, dass da wirklich Menschen beteiligt waren und nicht bloß Computer. Und ich freue mich schon darauf, wenn das ganze Produkt jetzt fertig ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.